Hallo, hallo! Heute gibt es einen kleinen Quick-Tipp. Und zwar geht es, wie hier bei diesem Foto, um die Wolkenstimmung, die sich im Hintergrund befindet. Und meiner Meinung nach ist die Wolkenstimmung eigentlich eher sehr bedrohlich und ich möchte das auf dem Foto doch eher etwas freundlicher und einladender gestalten. Zu diesem Zwecke wähle ich mir in diesem Fall die Hintergrundebene aus bzw. die Ebene mit dem Foto, mit dem Motiv und verwende das Schnellauswahlwerkzeug und ziehe mir mit dem Schnellauswahlwerkzeug eine Auswahl über den Bereich. Als nächstes erstelle ich eine Einstellungsebene, Farbfläche und wähle mir hier einen angenehmen Blauton aus und setze diese Einstellungsebene nun in der Füllmethode Weiches Licht. Farbton ist doch noch etwas zu dunkel, etwas heller probieren, Türkis, je nach Lust und Laune. Eventuell kann man auch die Deckkraft noch etwas reduzieren, damit diese Farbfläche nicht so dramatisch ins Bild gesetzt wird. Naja, es ist doch noch etwas, ein bisschen probieren. Sucht euch einfach einen passenden oder für euch passenden Farbton raus und probiert ein bisschen. In diesem Sinne, bleibt kreativ, genießt eventuell das schöne Wetter. Bis zum nächsten Mal, euer Maxl.